Daten verschlüsseln? Einfach erklärt. In den letzten Jahren ist die Kapazität unserer Festplatten, USB-Sticks und Speicherkarten rasant gestiegen. Das hat zur Folge, dass wir immer größere Datenmengen mit uns rumtragen, was sehr praktisch ist. Aber wenn uns mal ein USB-Stick oder Laptop abhanden kommt, oft doppelt ärgerlich. Zum einen ist natürlich der Verlust des Geräts mitunter kostspielig, aber ein Ersatz zumindest möglich. Viel schlimmer ist oft die Angst, was mit den verlorengegangenen Daten passieren könnte. Insbesondere, wenn es sich um sehr wichtige oder persönliche Daten von dir oder jemand anderem handelt. Dabei lassen sich gerade bei größeren Datenspeichern wie Laptops, USB-Sticks und externen Festplatten beide Probleme oft ganz einfach auf einen Schlag lösen. Mit Verschlüsselung. Mit einem Programm wie beispielsweise TrueCrypt kannst du entweder den kompletten Datenträger verschlüsseln oder dir ganz einfach und komfortabel sogenannte verschlüsselte Container auf deinen Datenträger anlegen. Die verschlüsselte Festplatte oder auch ein solcher Container ist dann wie ein digitaler Safe, den man nur mit dem richtigen Passwort öffnen kann. Wie das die beiden Probleme auf einmal lösen soll? Wenn du deine privaten Daten erst einmal in einem solchen Safe gesichert hast, kannst du natürlich so viele Kopien von diesem Safe erstellen, wie du möchtest. Dann fällt es auch viel leichter, diese Sicherheitskopien auf verschiedene Datenträger zu verteilen. Egal ob bei dir zu Hause, im Freundeskreis oder, wenn es unbedingt sein muss, auch in der Cloud. Ganz nach der alten IT-Expertenweisheit, Daten existieren erst, wenn sie an mindestens drei verschiedenen Orten gespeichert sind. Denn selbst wenn dir jetzt ein Datenträger abhanden kommt, weil zum Beispiel dein Laptop gestohlen wird, deine Wohnung abbrennt oder eine Elster deinen schön glitzernden USB-Stick zockt, du kannst trotzdem in aller Seelenruhe schlafen. Denn du bist und bleibst die einzige Person, die dein Passwort kennt und somit deine Daten entschlüsseln kann. Um dir also einen guten Schlaf zu ermöglichen, hier jetzt eine kurze Erklärung, wie du dir einen solchen Container selber anlegst. Zuerst musst du TrueCrypt herunterladen. Logischerweise von den Seiten, denen du vertraust. Ein paar Empfehlungen haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du es installiert und gestartet hast, findest du nach einem Klick auf Create Volume einen leicht zu bedienenden Assistenten. Dieser führt dich Schritt für Schritt durch die nötigen Einstellungen. Viele der Optionen sind selbsterklärend oder werden ausführlich beschrieben. Wenn du alles nach deinen Wünschen eingestellt hast, wirst du zuletzt noch aufgefordert, deine Maus für kurze Zeit möglichst zufällig zu bewegen. Diese Bewegungen nützt das Programm zur Generierung von Zufallszahlen, die es für eine sichere Verschlüsselung benötigt. Okay, es reicht, oder? Echt noch ein bisschen? Okay. Und jetzt bist du auch schon stolzer Besitzer deines niegelnagelneuen Datensafes. Übrigens wurde die Weiterentwicklung von TrueCrypt 2014 leider eingestellt. Trotzdem ist die letzte Version, 7.1a, immer noch eine sehr gute Wahl zur Datenverschlüsselung. Denn mittlerweile haben Experten den kompletten Quellcode dieser Version auf Hintertüren und Fehler durchsucht und dabei nichts besorgniserregendes finden können. Zwar gibt es unter den Namen CypherShed und Veracrypt Weiterentwicklungen auf Basis von TrueCrypt, allerdings wurden diese Programme noch keiner so genauen Prüfung unterzogen. und die Sorten auf der Wertentwicklung stehen. Vielen Dank.